Wollen Sie wegen der Annonce kommen? Ja, natürlich wegen der Annonce. Ja, was wollen Sie also? Ja, das frage ich Sie. Ich habe Ihnen meine Füße gezeigt. Gut. Ich habe mich für Sie ausgezogen. Gut. Ja, und? Ja, dann wollten Sie, dass ich dieses Kostüm anlege, weil Sie ein bisschen spinnen. Na, hören Sie, ich habe Sie zu nichts gezwungen. Ich habe Sie in nichts hergeholt. Sie sind freiwillig erschienen. Ja, das stimmt schon. Ja, dann hören Sie jetzt auf, herumzureden. Lingen Sie sich hin und setzen Sie den Helm auf. Das ist Ihnen lieber, als wenn ich Rollschuh laufe? Mir ist das jetzt ernst. Mir auch.